Hallo und herzlich willkommen bei Red.Gemble Eigentlich wollte ich Diamanten und ein Nether Portal machen Aber ich denke Ich muss erstmal schauen Ob noch Ob noch Was hier in der Gegend noch herum ist Vielleicht ist hier ein Dorf in der Nähe Oder Ich weiß auch nicht Vielleicht irgendwas anderes Pyramide nicht Ich bin hier gar nicht in der Wüste Was kann hier auch nicht sein So ein Tempel Den gibt es im Dschungel Aber was noch sein könnte Was zum Beispiel Ein Berg irgendwo So eine Mine Genau Ich habe mir gedacht Ich mache das jetzt Eines Versuch Erstmal nach Äh Tempelstadt oder sowas Weil Ich bin jetzt gestorben Mit meinen anderen Auch mit anderen Dingen Und Wenn da wirklich was passiert Habe ich keine Chance Ich kann das zwar rumlaufen In Lennartal Aber Die Leute dort sind Einfach zu stark Wenn ich nur eine Eisenmuster oder sowas habe Ich werde dann alles in Schnelldurchlauf machen So ich werde dann alles in Schnelldurchlauf machen Ich werde dann alles in Schnelldurch 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 Und dann alles in Schnelldurch Aber dann alles in Schnelldurch Musik 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 Das war's. 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 Das war's.